Ah ja, Heinz, bei euch ist immer dasselbe. Ist ja egal, da brauchen wir nicht drüber reden. Jeder lebt so wie er will. Und ich lebe jetzt schon eine ganze Weile wie ein Askeld Heinz. Du wirst ja, dass ich im Moment keine Frau habe. Stattdessen ist ja Meinhard immer hier. Naja, weißt du, wir haben ja nur das schöne große Familienbett. Also das wäre ja nur albern, wenn Meinhard auch woanders schlafen müsste. Der kann in dem Familienbett schlafen. Außerdem ist das immer sehr müde. Wir quatschen denn noch. Was habe ich denn da am Behen für eine Verschlingung? Ja, also quatschen wir immer noch. Vielen Dank.